Die deutsche Soldaten bekommen Besuch. Von deutschen Politiker. Aber das ist normal. Weil deutsche Soldaten in Schierlik, das ist NATO-Soldaten, das ist in Dienst. So, in Dienst, da ist verboten zu bekommen, private Besuch von Oma, Opa, Tante, Onkel, Vater, Mutter. Zu machen Quatschen und Kaffeekranze. Aber deutsche Politiker, sie machen nur Quatschen und Kaffeekranze. Also ich verbitte. Da will sie abziehen, diese Merkel-Soldaten aus Schierlik. Was soll das? Aber ich darf nicht besuchen türkische Soldaten in Deutschland, türkische Landsleute in Deutschland. Zu sagen, wo machen Kreuz für Todesstrafe. Da sagt diese Merkel, da sagt sie, ah, Todesstrafe, Todesstrafe, das ist gegen Grundgesetz. Ah, so, ah, so. So, dann ziehe ich ab, meine türkische Soldaten aus Deutschland, meine türkische Landsleute aus Deutschland. Wenn ich nicht machen darf Todesstrafe. Aber deutsche Soldaten, sie machen von Berufs wegen Todesstrafe. So. Dann sollen abziehen, weil dürfen nicht werden besucht. Aber ich darf nicht besuchen türkische Soldaten in Deutschland, zu sagen, wo machen Todesstrafe. Dabei sollen sie gar nicht machen Todesstrafe, sondern nur sein für Todesstrafe. Ich verstehe überhaupt gar nicht mehr, was ich sage. Wie soll der Merkel verstehen, was ich sage? Ich bin Vertreter von Humanität. Humanität sogar für Feinde von Demokratie. Was bin ich? Auch sogar für diese Putscheleute, was sind gegen mich im letzten Jahr geputscht gewesen, geputscht. Humanität für diese Leute. Kopf ab. Sonst, sie sitzen Jahrzehnte und Jahrhunderte ohne Gesetz, ohne Justiz, ohne Richter, sitzen sie im türkische Gefängnis. Da hast du einmal gesehen, türkische Gefängnis von innen. Ratten, Mäusen, Kakerlacke, Matratze verschissen, in Essen gepisst, Folter und Vergewaltigung. So, das will Merkel haben für diese Leute. Hat sie keine Gnade für diese Leute, zu geben Todesstrafe und damit Erlösung von Leid im türkischen Gefängnis. Diese Merkel ist eine erbarmungslose Flitschen. Kein Humanität. Scheiße. Da bin ich größter Demokrat, was ist auf die Welt, bin ich Präsident Erdogan. Was bin ich? Da verrage ich an alle Feinde von Freiheit und Volkswillen von türkischer Präsident, was bin ich? Warum ich soll nicht machen Todesstrafe? Mit meinem persönlichen Liberalsein und mit meiner Gleichheit mit mir vor Gesetz? Da habe ich sogar überwunden Diktatur und Gewaltherrschaft von Stadlin und Hitler. So. Mit Menschlichkeit und Gräse. Ich sage nur, in die Dritte Reich, da hat gegeben Millionen von Tote in KZ, wenn sie waren gegen System. Aha. Ich habe geputscht, Leute, in die letzten Jahr, Putsche, Leute, was war gegen System, was war gegen mich? Sie haben geputscht gegen mich. Geputscht gegen mich haben sie geputscht. Das war die größere Putsch, größer als gegen Stalin und Hitler jemals gewesen. Oh. Da ich habe nur gehabt 260 Tote. Da ich habe noch Millionen Tote. Gut. Eine unglaubliche menschliche Fortschritt. Aber wird überhaupt nicht gewurdigt von Menschenrechtsorganisation. Da kommt diese Merkel, diese kleine Bumskugel und sagt sie, ah, Todesstrafe, 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 Todesstrafe. Das ist gegen Grundgesetz. So, gegen Grundgesetz. Aha. Nein, nein. Die Wahrheit ist, da hat sie nur Angst, weil die Nazis, sie haben ausgeschlachtet. Todesstrafe. So, diese Merkel, diese bläde Kuh. Sie glaubt sie, wenn sie macht Todesstrafe heute, da bricht Barriere und alle Deutschen, sie werden wieder Nazis, nur weil sie machen Todesstrafe. Ah, 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 ah. Was für ein Blödsinn. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Die Nazis, sie haben auch gemacht Autobahnen. Ah. Millionen Deutsche, sie fahren jeden Tag Autobahnen. Seht alle Nazis? Auf dieser Autobahnen, jede Jahr da drei, vier, fünftausend Tote auf Autobahnen. Aber, da diese Deutsche wären weniger Nazis, wenn sie würden schließen Autobahnen und machen stattdessen Todesstrafe. Das ist ein unerträglicher deutscher Masochismus. Sie peitschen sich immer noch aus, für was haben ihre Vorfahren verbrochen. Diese Deutsche, da sag ich dir, diese Deutsche sind heute noch die Kollateralschaden von den Nazis. Das ist unerträglich. Das ist unerträglich. Bis zum nächsten Mal. Das ist ein Schlag. Das ist ein Schlag. Wir behalten die Prototyile wieder, sich discharge die Sauerstoffer, von der Lege im